So, da einfach mal schauen, wie es wird. Willkommen in der Küche. Willkommen zum Kochsimulator. Wie du schon bemerkt hast, hat das Restaurant, in dem du angestellt bist, nicht die beste Bewertung. Oh Gott. Meine Aufgabe ist es, es wieder zu alten Glanz zu verhelfen und ein Höchstmaß an Prestige zu erreichen. Ja, das wird safe in die Hose gehen, würde ich behaupten. Okay, erstmal so, so gehe ich. Was verwendet den Laptop, um ein Rezept anzupinnen? Wir müssen hier ein Laptop Laptop, Lappi, Atta. Oh Gott. Tag 1. Ich muss erst mal schauen, wie die Küche aussieht. Ich muss so einen Blumen hier. Das ist, äh... Chimian, Dill, Squawzer, Pfeffer, Solz, Kaien, Pfeffer, Miarettiki. Ich nehme schon mal einen Teller. Äh, Teller. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Wir nehmen, wir nehmen, äh, einen Teller tue ich dann erstmal hier hin. Oh Gott. Der wirft das ja, das ja. Das ist frech. Was ist denn das? Stecke ich dann ein Samurai-Dach rein? Ach, wir haben noch Vorbereitung. Oh Gott. Okay, äh, wir haben hier Zitronen. Das sind Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln, Zwiebeln, Kartoffeln. Den kann ich sauer machen. Eimer. Schrank. Was haben wir hier? Wir haben hier Fisch, Lachs, Sausahne, Pienerboulion. Äh, ist das so ein Kartoffeln? Ja, das sind Zitronen. Okay. Okay. Okay, ich glaub, ich glaub, ich bin, ich bin ready. Ich glaub, wir können anfangen. Let's go. Schau, jemand, oh, ich dachte schon, das geht schon los. Schau, jemand hat ein Essen bestellt. Jedes Mal, wenn ein Kunde etwas bestellt, wirst du in der oberen dicken Ecke, wir brauchen, ein Lachsfilet. Dann darfst du sie wieder schließen. Äh, das dann, hier hinstellen. Wo sind die Pfannen? Wo sind die Pfannen? Ist das eine Pfanne? Äh, überfordert bin ich jetzt schon, ist hier das Richtige? Nee, das ist das Falsche. Hier mach ich das an. Äh, Salz, äh, Würzen, 5 Gramm Pfeffer, Salz, Pfeffer, das nehm ich mit. So, das sind die zwei Sachen. Dann brauchen wir noch, äh, äh, zur Pfanne hinzufügen, Sonnenblumenöl, auf jeder Seite 60 Sekunden lang beraten. Ich brauch meinen Sonnenblumenöl, Sonnenblumenöl, nein, 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 oh, Gott sei Dank. 1, 2, 3, 4, und, okay, äh, äh, ich brauch das nicht mehr. Und dann das da. 1, 2, 3, 4, 5, äh, und weg damit. Die Rüschung ich jetzt eigentlich noch umdrehen. Äh, warte, ich bin überfordert. Dann, ich hab das, jetzt muss ich die Pfanne zufügen, Sonnenblumenöl 10 Milliliter. Okay, oh, oh, Gott, oh, Scheiß, das sind 15, nein, wie höre ich auf? Gott, oh, Gott, oh, oh, Gott, Gott, Stress nicht, Stress nicht, ablegen, äh, reinlegen. Oh, Scheiß, warte, 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 stopp, 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 wo ist denn hier Pannenwender? Was ihr findet, Küche, Küche ist cool, aber, äh, so ist hier kein, oh, ja, hab ich das Ding jetzt abbekommen? Nein, oh, Gott, komm, mach das Ding weg. So, hab ich die Tür abgerissen. Digga, wo sind hier Pannenwender? Hör Minuten hab ich noch. Pannen, wie soll ich das Ding wenden? Was ist das für eine Küche, Alter? Ich bin überfordert. Oh, da ist das. Komm, äh, auch das Ding. Nein, oh, wie drehe ich das? Oh Gott. Ich weiß nicht, wie lang war der jetzt drin? Ich hab keinen Timer eingestellt für 60 Sekunden. Es muss aber so aussehen. Oh, scheiße. Oh, ich hab keine Ahnung, ob das durch ist. Ich hab keine Ahnung, ob das durch ist. Wird auch nicht angesagt. Wie gesagt, ja, eine Minute. Ich hab keinen Ahnung, dass es schon eine Minute war. Ich bin überfordert. Das stresst mich. Schön, dann brauch ich noch Kartoffeln. Oh, Jesus. Hey, ich werd jetzt ein paar Sekunden noch warten. Lalalalalala. Lalalalalala. Danehmen. Dann nochmal drehen. Das sieht doch eigentlich so aus, ja. Dann, das hier weg. Dann kann das Ding ausgehen. Brauch ich, brauch Kartoffeln, 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 was, 300 Gramm Kartoffeln. Was war denn das jetzt? Oh, ich hab 300. Topf, 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 Topf. Oh, warte, ich muss da noch ein Wasser auffüllen. Wie viel Wasser? 1000. Wo ist denn hier? Warte, ist da noch ein Topf, egal, da ist das. da drauf dann das hier drehen dann erhitzen kartoffeln muss ich ich muss nicht salzen warte ich weiß nicht wieviel 1 2 3 1 2 3 Lachs sieht fertig aus da ist dein nein 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 du nein ja jetzt machst du das alles mit absicht hoffen sind fertig ja es ist fertig ja es hatte ich serviert oh mein gott so scheiße ist es ja nicht ja ich kann kochen oh mein gott geschmack ist ich sag mal so es ist eine 3 viele sterne leuchtet schon so ganz leicht umsetzungszeit gesamtpunktzeit drei sterne also ich werde nicht angehen aber ich bin jetzt gorn ramsey gas bezahlt trinkgeld oh heller wurde zurückgegeben technik temperatur tegas ja